Willkommen bei Division, mein Name ist Madder und ich zeig euch heute ein weiteres Set. Global Events haben begonnen, schon vor zwei Tagen, leider hatte ich nicht so viel Zeit, aber das holen wir jetzt nach. Heute stelle ich euch gleich mal den Taktiker vor, heute haben wir den 6 Piece Taktiker. Ich hab die einfache Variante gehalten, das heißt er ist nicht spezifisch auf Seeker Mines oder Sticky Bomb gerollt, sondern ganz allgemein. Er ist auch nicht Maxout, das heißt es geht noch ganz weit nach oben, man hat noch echt viele Chancen und Möglichkeiten zu machen. Ich hab die PvE Variante erstmal gemacht, deswegen langt mir das so, wie er jetzt gerade ist. Für die PvP Variante muss ich noch ein bisschen was dran machen und wenn ihr das sehen wollt, müsst ihr einfach mir die Likes da lassen oder es in die Kommentare schreiben, damit ich sehe, dass ihr es sehen wollt. Ansonsten haue ich ihn irgendwann später mal raus, das Gameplay dazu. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe es gefällt euch, guckt es euch an, wenn ihr Tipps oder Fragen habt, abnehmt in die Kommentare oder schreibt mich an und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst und viel Spaß bei dem Video. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.